Die Karte ist sehr gut. Die Karte ist sehr gut. Super. Warte mit rein. Jetzt kannst du rein, dich in den Karte halten. Jetzt kannst du leicht rechts. Perfekt. Jetzt hinten mit dem Körper. Jawohl. Jetzt kannst du leicht rechts. Und zack. Jawohl. Drei sitzen. Jawohl. Jetzt kannst du leicht rechts halten. Perfekt. Drei sitzen. leicht rechts. Jetzt. Piano, piano, piano. Los. Bremsen. Und abdrücken. Ja, genau. Jetzt reinsitzen. Rechts. Gewichtsverlagerung rechts. Komm rechts. Und abdrücken. Super. Jetzt reinsitzen. Hinteren liegen mit dem Oberkörper. in die Oberrichtung entspannen. Bremsstellung. Bremsstellung. Und gehen. Das haben wir ja alle. Jetzt kannst du rein sitzen. Schauen. Jetzt gehen wir leicht nach rechts. Rechts einlegen. Fein steuern. Fein. Schau gleich aus. Schön locker. Schau. Und jetzt ist es perfekt. Schau. 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 Und zack. Perfekt. Drei sitzen. Schau. Sackstark. Jawohl. Und leicht rechts halten. Super, also Schirm 5 cm mehr auf der Bremse beiseitig. Lauf! Tipptopp, ja. Einlegen, ja. Geradeaus, wenn jetzt nachher hängen. Licht am Hang weg. Einlegen, ja. Eine Fl Це fille opponent 필요lich. Die Flos Donner. In der Website falls auf der Bremse zuerst umgelegt. In dieser Folge, meinen 3 Chirp ist ein haben. Untertitelung des ZDF, 2020